fjota network phase 0 demo video 27 so langsam neigt sich die demo reihe dem ende zu ich denke es werden noch zwei drei maximal vier videos dass wir auf die 30 demos kommen und es geht hier um die floating item um das floating item network for a better universe also die fjota network app in der du deine items mit anderen leuten teilen kannst und das ist ein schnelles format und die sieben minuten starten ab jetzt was jetzt letzten videos gemacht wurde wir sind jetzt sehr stark an der oberfläche frontend und haben die klickwege die navigation aufgebaut also zuletzt hier die drei hauptbereiche mit der interaktion in dem item inventory und was jetzt hier eben entstanden ist ist diese interaktionsleiste da unten und genau hier möchte ich heute ansetzen ich habe hier zum einen mein visual studio coach mit ein paar dateien schon offen habe auch die das frontend schon geladen und das ist jetzt hier der aktuelle stand im view im smartphone und ich scroll jetzt mal hoch und ihr seht schon da unten kommt die entsprechende dimension schon hoch ich hatte hier im css das kann man hier mal zusammen klappen also an der stelle unter futter demo background hier kann ich sozusagen die farbe definieren ich orientiere mich jetzt mal erstmal an den hellen und was ich in dem einen video ich weiß nicht mal genau welche nummer es war ich verlinkt aber ich habe hier über gsap soweit ich mich richtig erinnert schauen wir mal kurz in die package jason also hier und package jason gibt es die gsap 351 und damit habe ich diese kleine demo animation hier gemacht das heißt wir haben diese darstellung ich will das ding aber auch ausgeblendet haben und gsap ist ein super animations framework mit perfekten transitions und das nutze ich hier eben und was ich jetzt machen möchte ist erstmal diese hintergrundfarbe hier wegnehmen so wo sind wir die futter demo genau das ding soll erstmal nicht angezeigt werden wenn es nicht aktiv ist ich will oder einmal die seite genau da unten ist jetzt nichts das heißt dieses ding unten ist zwar da aber man sieht es nicht ich glaube ich kann klicken naja genau so ihr seht da ist die darstellung noch nicht so perfekt dann näher ich mich jetzt mal dran und zwar der activator den habe ich hier schon mal vorbereitet dem gebe ich gleich den background mit damit er auch immer zu sehen ist genau hier so jetzt habe ich einen margin von einem element das war die standard einstellung die setze ich mal auf 0 damit dieser rand hier dieser weiße rand mal weg ist so jetzt habe ich hier naja zumindest mal ein ei gut aber das verhalten ist schon mal cool jetzt gehen wir mal einen schritt weiter also vom verhalten her passt das hier gibt es zwar noch eine überschneidung aber das interessiert mich jetzt gerade nicht da gehen wir mal an den linken rand padding vom activator ich muss mal padding minus left dem gehen wir mal zwei m also schon ein bisschen breiter aber ich sehe die das logo verschwindet hier an der stelle also noch mal das padding nehme ich jedoch wieder weg also ich habe jetzt hier die eierform des padding ein element marginal border radius mit fünf elemente machen wir das mal ein bisschen breiter mal gucken was jetzt passiert na das scheint jetzt noch nicht das rätsel ist lösung zu sein aber okay wir nähern uns ich schnappe mir jetzt mal aus der xd library hier unten habe ich ja diese diese item darstellung und ich kann hier über einen rechtsklick svg code kopieren das ganze mal hier rein kloppen das ist der reine svg quellcode und daraus mache ich jetzt den activator den activator und ich glaube dann kann ich das hier schon mal ausblenden dann müsste jetzt anstatt des weißen burger menüs unser item inventory kommen so die zeit verfliegt eine minute noch speichern naja noch nicht ganz also hier ist zwar was geladen aber das hat es anscheinend komplett zu hauen zurücksetzen gut also das svg naja das hat auch innere maße mit dann machen wir doch mal hier ein ich schieße jetzt mal in den letzten 30 sekunden 59 57 und das ganze auch hier na ok also ich habe zumindest das item inventory hier drin das heißt im nächsten schritt muss ich mal die richtigen größen hier ansetzen und ja die darstellung jetzt weiter optimieren aber so vom im grundprinzip gefällt mir das jetzt schon ich werde dann auch diese icons hier ersetzen und die zeit ist auch an der stellung also danke für deine sieben minuten ich glaube dass jetzt eben der zeitpunkt gekommen ist wo ich sehr fokussiert wieder an den dingen arbeiten muss also das ist der der feinschliff an den ein oder anderen stellen und die letzten drei videos werden dann noch mal konzeptionell und der ausblick richtung 2021 sein ich danke dir für deine zeit und bis zu den nächsten zwei drei videos und bis zum nächsten ciao